Das war eine weitere Folge, äh, genau, mit dabei ist die Kiba und wir spielen Kontostrike, äh, also Global Offensive und wir machen die Wildfire Mission auf Lake, 20 Abschüsse und Wettrüsten gegen andere und mit dabei, wie ihr Pupsen gehört habt, ist die Kiba. Ganz Hallo sagen, nicht Pupsen. Hallo! Genau. Jetzt sind ich Abschüsse, halt auf Wettrüsten, auf Lake. Oh, das hat Spaß. It's the funny, funny, funny. Funny, fresh. 20, boah. Wow. Ich treffe mit der Waffe, ex. Geil. Kannst du dich mal verpissen? Ich glaube, bei mir wird es wieder 20, aber... Warum? Oh, der ist ja erst. Oh, ey. Ja! Muhaha. Nein, toff, Alter. holen wir jetzt den von oben wo ist der wichser hin wo ist der wichser hin wir sind wieder so übernatürliche wir können alles ach ja da kommt der wieder was ja wir sind beide im kreis gelatscht ich habe gleich keinen bock mehr ehrlich jetzt schon nicht mehr wir werden mit allem möglichen eingewürfelt ich habe einen kill stolz auf mich ne zwei sogar wie sie halt nur am gammeln sind ey sag die richtige die mich eben aus der ecke gekillt hat ich habe nachgeladen nachgeladen ich habe nicht mal nachgeladen gehört ich gebe dir 118 in 7 ich gebe dir 178 das ist von daher im schiff gehe ich nicht du gammelst darum im hausgammel mit der dinks ist doch gut ich habe mich nicht sauer ehrlich macht mich nicht sauer ehrlich ich bin hier ohne schmerz ich bin ich sauer so keiner hat das gesehen und natürlich 8 ich da kommt zwei zu dir ich gehe da nicht rein weil ich weiß dass du da rumgammelst Ich gammel da nicht mehr rum. Ich geh da trotzdem nicht rein. Best of the best. Nice shot. I'm in position. I'm in position. Hast du dich ganz genau gesehen? Lulatsch da hinten an der Ecke. Mein eigener. Stevie Boy, du. Ach komm schon. 77 in 1? Hey, wo denn? Mit was hab ich ihn getroffen? Ja, die ist so verrückt. Die ist so verrückt. Die ist so verrückt. Oh. Ich hab dich einmal getroffen. Ich komm hier nicht hoch. Ich bin zu dick. Hey. Ich komm hier nicht hoch. Ich bin zu dick. Ich. Das bin nicht ich. Ach, kein ist kacke. Naja. Ich muss da machen. Du bist ein A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R! Du bist ein A-R-R-R-R-R! Ich kann da nicht aufpassen. Wie viel denn noch? Fünf. Boah. Ach ja. Warum muss ich auch rot leuchten? Du leuchtest bei mir immer rot. Ach komm schon. Warum muss ich mit der USP? Guten Tag. Du leuchtest bei mir ganze Zeit rot. Die USP ist scheiße. Wieso hast du bitte eine USP? Ach ja. Ich hab's ganz genau gesehen im Haus. Ach, Autos schlipp. Autos schlipp. Ach, Fotzen, Alter. Ja. Oh fuck it. Oh meine Güte. 75 in 3. Schlecht. Ach komm. Ich spring hoch. Ich bin zu dick. Ach komm. Da hab ich den wohl gegeben. Ehhhh. Ach ja. Ah. Ich geb ihn. Du pushst doch an unseren Spawn. Was suchst du an unseren Spawn? Du hast nichts zu suchen an unseren Spawn. Spawn campen. Ich camp ja nicht. Ich laufe ja. Ja, ja. Wie hast du den? Du hast ein Messer. Du das? Bitte, Sam. Äh, hinter dir, gell? Messer dich, Alter. Nee, nee, auf keinen Fall. Komm nicht in die Tüte hier, Fräulein. Boah. Ehrlich, jetzt? Ehrlich, Alter. Ach komm schon. Alter, ehrlich. Ehrlich. Das war's. Das war eine Folge auf Lake Petrus. Danke fürs Zuschauen. Oh, ich krieg wieder ein Geschenk. Bis jetzt bei der nächsten Woche. Tschüss.